Musik Herzlich Willkommen bei Nehmann. Uns gibt es jetzt bei 20 Jahren an der Falkenrotter Straße und wir sind schon sehr in Weihnachtsstimmung. So, jetzt haben wir eine Überraschung für euch. Wir zeigen euch heute einmal die Werkstatt. Wir vom Möbelhaus Nehmann wünschen euch eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten. Musik